Was ist das Zeichen? Was für ein Zeichen? Frag den Ultimer, du weisst hart genau welches Zeichen! Das ist wie im Haus drin, mach das Feier! Das ist die Staatsarchivar Obwalde und das ist meine Assistentin, die Frau Nina Durr. Guckertelli, musst du wirklich immer das Letzte an Wort haben? Ich habe nur gefragt. Keiner halber Sache. Ich muss zeigen, was es teilt, wenn man uns der stellt. Wann sie sagen, wir sind voll von germanischem Zeichen, die sich mit der Zeichen im Christlichen vermischt haben? Es gibt ein Problem. Das haben wir doch schon mal besprochen. Ich meine, das ist weg vom Tisch. Rot, mach mich nicht da liegen. Ich will nicht stehen. Du kannst dich fressen und gesuffen, solange du gelebt hast. Pass einfach auf, Mensch. Der Kontakt mit gefallenen Seilen ist manchmal ein gefährliches Spiel. Der Kontakt mit gefallenen Seilen. Der Kontakt mit gefallenen Seilen. Der Kontakt mit gefallenen Seilen. Der Kontakt mit gefallenen Seilen.